Hallo Käferfreunde und willkommen wieder im Wald. Heute bin ich wieder im Wald und hole mir Brombeerzweige für meine Stabschrecken. Falls jemand Interesse hat, was für Stabschrecken ich halte, könnt ihr mich gerne fragen oder mir eine Mail schicken. Dann fangen wir mal an, vielleicht finden wir vielleicht noch Käfer. Ich denke schon, dass wir noch Käfer finden, aber mal schauen, wie viele wir finden. Dann fangen wir mal an. Euch wird bestimmt schon aufgefallen sein, dass jetzt alles im Querformat ist. Ja, ich hatte recht. Im Hochformat erkennt man leider nicht immer so viel. Ja und im Querformat kann ich euch vielleicht viel mehr zeigen, bessere Details. Ja, hier unter diesem Blatt ist ein Laufkäfer. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Hier. Also das hier wollte ich jetzt nicht sehen. Das hier. Hoppala. Ich habe schon wieder Hochformat gehalten. Ich habe jetzt gerade drei Kröten entdeckt. Ich hoffe, ich steige nicht auf irgendeine drauf. Ist echt heute gefährlich mit die Kröten. Also gefährlich für mich nicht, aber für die Kröten. Na endlich. Ein Blau-Vioretter Waldlaufkäfer. Seht ihr ihn? Hier. Seht euch diesen Käfer an. Größenvergleich. Ich verstecke ihn wieder. Auf sowas habe ich gehofft, dass ich sowas entdecke. Leider muss ich aus Zeitgründen wieder umkehren. Falls ich etwas am Rückweg nach Hause finde, werde ich es euch noch zeigen. Hier habe ich noch einen toten Lederlaufkäfer gefunden. Auf der Straße vertrocknet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye! Bye!